Musik In meinem Büro steht diese Gebetsbank. Meine Frau hat sie mir vor vielen Jahren geschenkt. Und diese Gebetsbank erinnert mich daran, dass es nicht nur auf das ankommt, was ich am Schreibtisch tue, dass es nicht nur darum geht, was ich denke und plane und mache und vorbereite, sondern dass es im Grunde vor allen Dingen in meiner Arbeit darum geht, was Gott tut. Hier bete ich und lege die Dinge in Gottes Hände. Wir haben vor zwei Wochen Pfingsten gefeiert. Wir haben daran gedacht, dass der Heilige Geist auf uns herabgesandt wurde. Und eine Sache, die der Heilige Geist uns lehrt, ist das Beten. Auch wenn Beten etwas ganz Einfaches ist, wenn man sagt, jedes Kind kann beten und ganz viele Leute in unserem Land sagen, ja, ich habe schon mal gebetet oder ich bete auch regelmäßig. So ist das Beten trotzdem auch etwas, was wir lernen können, was wir üben können, wo wir noch besser drin werden können, noch tiefer drin werden können. Ich habe ein Buch gelesen von Johannes Hartl, Einfach Gebet, wo er ein kleines Training fürs Beten anbietet und wo er Hilfen gibt, im Alltag beten zu lernen. Er sagt ganz am Anfang, Beten ist nicht alles, aber ohne das Gebet ist alles nichts. Das Gebet ist etwas, was alles umgeben kann, dass wir alles, was wir tun, in Gottes Hand legen und dann wird alles wertvoll und wichtig. Johannes Hartl beginnt das erste Kapitel unter dem Stichwort nichts. Und er sagt, im Grunde geht es beim Beten damit los, dass ich nichts tue, dass ich mich hinknie, ich knie hier auf der Gebetsbank und das ist schon etwas, was wir gar nicht häufig tun, aber es ist ein Symbol dafür, dass ich mal nicht der Aktive bin, dass ich nicht stehe und renne und gehe oder sogar sitze. Ich knie hier, ich tue mal nichts. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit dem Nichtstun. Wir tun uns manchmal schwer, nichts zu tun. Johannes Hartl schreibt hier, die meisten Menschen verbringen ihr ganzes Leben auf der Flucht vor dem Nichts, dass sie anspringt, wenn sie alleine sind. Und es nichts zu tun gibt. Deshalb gilt es stets, schnell etwas anzuschalten, irgendwas zu essen oder zu trinken, irgendwas anzuschauen oder zu tun, nur nicht zur Ruhe zu kommen. Weglaufen. Wir tun uns oft mit dem Nichts so schwer, weil wir im Nichts auf Gedanken kommen, die uns gar nicht gefallen oder Dinge uns in uns hochkommen, die uns nicht gefallen. Und es liegt aber das Geheimnis des Gebetes und auch das Geheimnis des christlichen Glaubens darin, dass wir von uns wegschauen, dass wir nichts tun, um Gott zu begegnen. Dass wir alles mal aus den Händen legen, dass wir vielleicht die Hände öffnen, nach oben halten und sagen, Herr, ich tue nichts. Du füllst mich jetzt. Komm, fülle mich mit deinem Frieden und deiner Freude und deinem Glauben. Manchmal ist es nicht so leicht, Worte zu finden. Der Losungstext für heute, der heißt aus dem Römerbrief Kapitel 8, der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Wenn wir uns öffnen, wenn wir nichts tun, wenn wir ihn bitten, dann verspricht er, dass er unsere Schwachheit füllt, dass er uns Kraft gibt und Frieden und dass er uns sogar Worte schenkt, die wir dann beten können. Vielleicht probiert ihr das mal aus. Vielleicht fangt ihr mal an, das Gebet zu üben. Jeden Tag, fünf Minuten. Einfach mal nichts tun und spüren, wie Gott mein Nichts füllt. Das ist gar nicht so schwer. Und es ist etwas Tolles zu merken, wie Gott kommt und mich erfüllt, meiner Schwachheit aufhilft. Das geht auch ohne so eine Gebetsbank. Das bleibt doch. Da war trotzdem ein freelyes Fall. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye. υ